hat er sich jetzt so sehr verfahren dass er die und warum nimmt der dings nicht mit ach weißt du was das was sein problem ist wahrscheinlich das hier nur eisen und hier soll er nur bücher und werkzeug ausladen wahrscheinlich rafft er das einfach nicht und er rafft auch seine routenführung nicht wo er langfahren soll wahrscheinlich das depot so blöd so jetzt hat er ein bisschen was eingeladen genau geht doch er ist nur leider auf der falschen runde unterwegs so warum hat er die bücher nicht ausgeladen ist das dumm vor allem dass er immer falsch fährt jetzt hier das ist natürlich auch richtiger schmutz so jetzt hat er noch mehr bücher mit aber er macht jetzt eisenmine ausladen bücher und dings jetzt hat das gerafft sehr gut hier ist auch gar kein so verteiler zentrum von null ist aber auch los hier muss man leute rein schmeißen das verteiler zentrum das ist ja auch interessant und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielleicht könnte man noch ab und zu mal eine kleine Produktion machen. So, da knallt jetzt hier das Ding voll. Mal gucken, ob das dann reicht, wenn das nächste Mal kommt. Jetzt ist das wieder leer, aber hier ist noch so ein bisschen was drin. Ja, es reicht irgendwie so ein bisschen. Das passt. So, können wir jetzt... Achso, was wir noch nicht gelöst haben, ist das... Ach nee, jetzt fährt er richtig, ne? Genau, es hat alles Kraft. So, jetzt könnte man eigentlich die Oper bauen. Aber vorher, wie gesagt, noch die obligatorische Abspeicherung. Ach, da fehlen jetzt noch... Ne, was? 2500 Stahl habe ich doch. Achso, Bewährungsstahl und... Hä, das habe ich doch, aber... Achso, Bewährungsstahl fehlt einfach nur. Gut, dann muss ja die Produktion einfach mal wieder starten. Beziehungsweise, ich könnte es auch noch kaufen, wenn hier dieser... Dieser Kaufdialog nicht so eine Katastrophe wäre. So, eben mal voll gemacht. Jetzt könnte man das bauen. Die Frage ist jetzt bloß, wohin? Irgendwie, wie gesagt, zentrumsnah wäre cool. So, gegenüber vom Rathaus. Oder hier. Hier so. Ja, mache ich einfach. So, Kier des heiligen Zuges haben wir jetzt. Das ist eine riesige Kathedrale. Ich würde hier noch so eine Statue davor bauen. Die Statue des Kathedralengründers oder Stifters. Kirche des heiligen Zuges. Jetzt ist die Frage, passt die dort zufälligerweise? Und ich denke mal, wenn wir die gebaut haben, hat man das Spiel dann durchgespielt oder wie? Oh, jetzt haben sie hier wieder ein Problem, dass hier nicht genug Arbeiter sind. Kann ich hier noch irgendwas hinbauen? Na gut, ich will jetzt die Kirche des heiligen Zuges unbedingt. Ach, wenn ich hier hinten hinbaue, da haben die ja wieder kein Bier dann an der Stelle. Oh, jetzt kannst du wieder nur da hinbauen, wo die auch Alkohol haben. Klasse. Gut, hier hinten könnte ich doch noch eine Straße errichten. Hier ist noch ein Halter Bier, der Bierreichweite hier. Ja, es ist irgendwie ein bisschen buggy anscheinend noch an manchen Stellen. Dann, wenn ich speichere von neu, dann, oh, das kam eine Nachricht rein. Dann klappt das doch bestimmt, mit dem... Ja. So, ein spektakulärer Saison, Opernhaus eröffnet. In einem Zwingelburg-Opernhaus wird der Vorhang hochgezogen. Komödie, Tragödie und vieles mehr stehen in einer unterhalterungsreichen Saison auf dem Programm ersten Kritikern. Kritikern zufolge waren die Besucher von den Darbietungen so bewegt, dass sie alles um sich herum vergaßen. Die Änderungszahl von Zwietransit sind wahrscheinlich 15.000. Der erste Zug in Felddorf ist eingefahren und bereit zum Transportieren. Ja, das ist aber auch schon eine Weile her. So, komm, jetzt will ich hier den Zug noch machen, den heiligen Dingszug, die Kirche. Wenn ich den hier hinstellen will, muss ich das Dings wegreißen, auch geil. Ich möchte es gerne dorthin stellen. Auf Gedeih und Verderb. Oh, nee, ich brauche 4.000 Stahl, Bewährungsstahl dazu, 4.000 Zement. Ich möchte es gerne einkaufen. Oh, das Problem ist, so viel gibt das Lager nicht, ja. Na gut, ja. Dann kann ich die auch so hinstellen. Wenn ich die so hinstelle, kann ich dort noch Gebäude hinstellen, aber ich weiß halt nicht, ob dann hier das mit dem Wasser da passt. Probieren wir es einfach mal. Dann stelle ich hier die zwei Facharbeiterhäuser wieder hin. Und die Kirche kommt dann dahin, wird erstmal durch Bäume, jetzt blockiert der Platz. Genau, was machen wir dann in der nächsten Aufnahme? Da muss ich, glaube ich, oben das Lagern ausbauen. Dass die hier mehr Zeug lagern können. 17.000 Einwohner haben wir schon. Genau, machen wir in der nächsten Aufnahme, weil ich wollte heute noch OpenTD aufnehmen. Dann habe ich nämlich wieder Ruhe. Die Kirche des heiligen Zuges kommt dann hier hin. Und dann, ach, diese Holz pro Minute würde ich gerne mal weghaben. Ich verkaufe einfach mal alles. Vielleicht treibt das ja nochmal kurz an hier, so ein bisschen. Ich meine, die machen 150. 300 und hier nochmal 2. Es müssten auch eigentlich genau 600 bei rauskommen. Das ist irgendwie gefühlt das Einzige, was noch fehlt. Aber ich muss halt nochmal irgendwo... ...eine Holzfarm bauen. Das ist sogar irgendwie nur das Einzige, was noch fehlt. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Aufnahme auch platt. Ja. Genau, in der nächsten Aufnahme kümmern wir uns darum, dass wir hier die Kirche bauen können. Das heiligen Zuges. Vielleicht können wir dann die auch einfach abreißen hier. Und dann hier noch Gebäude hinstellen. So, ich speichere nochmal ab. Und dann bedanke ich mich für das Zuschauen hier bei Sweet Transit. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. 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 Tschüss.